Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 24. Januar 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Tag 700 des russisch-ukrainischen Krieges. Wir starten wieder im Donbass. Die ukrainische Seite fixiert einen umfangreichen russischen Angriffsversuch südlich der Stadt Marienka. Mit dem Einsatz von mechanisierten Kräften unternahm die russische Streitkraft einen Stoßversuch südlich des Stellungssystems Werenjetz und zwar in diese Richtung. Einige gepanzerte Fahrzeuge erreichten die graue Zone, um das Stellungssystem vom Süden abzuschneiden. Solche Versuche gab es in den vergangenen Wochen bereits und keins der Male war das russische Militär erfolgreich. Heute soll es nicht anders gewesen sein. Als Folge des Angriffs verlor das russische Militär laut ukrainischen Aussagen einige gepanzerte Fahrzeuge. Die Besatzungen flohen von der Front und damit hat sich hier auch die Frontlinie nicht verändert. In der Siedlung Georgievka hält die ukrainische Streitkraft dem russischen Angriffsdruck weiter stand. Eine Drohnenaufnahme der russischen Seite fixiert den Angriff mit einer FPV-Drohne auf ein von der Ukraine kontrolliertes Haus. Die Rede ist dabei von diesem Haus, welches in der grauen Zone im Osten von Georgievka liegt. Dementsprechend haben wir den Beweis dafür, dass die ukrainische Streitkraft vereinzelt Gegendruck ausübt und versucht, die russischen Truppen am Vorrücken zu hindern. Es ist möglich, dass die russischen Soldaten nun ein Stück zurückgeworfen wurden. Dies wird nochmals geprüft. Erstmal wurden an der Frontlinie hier keine Veränderungen vorgenommen. Ein ukrainischer Soldat der 46. Brigade spricht von einem leichten Nachlassen des russischen Angriffsdrucks in Richtung der Siedlung Vodyane. Das ist der Abschnitt südlich von Novomukhalievka. Und zwar diese Angriffsrichtung. Wegen dem Ausbleiben von Erfolgen wurden die Offensivaktionen reduziert. Ein russischer Militärblogger spricht sogar von einem erfolgreichen ukrainischen Gegenstoß in diesem Gebiet. Ich werde auch das nochmals überprüfen. In jedem Fall wurde das russische Militär nun im Bereich Pobeda und südlich von Georgievka wieder aktiver. Das ist also dieser Raum, wo das russische Militär in den letzten Wochen eher weniger aktiv war. Dort soll der russische Druck aktuell am größten sein. Der ukrainische Soldat merkt an, dass die russische Streitkraft nicht die Absicht hat, ihre Absichten aufzugeben. Nachdem sie auf Widerstand stößt, versucht sie in andere Richtungen Aktivität zu zeigen. Zudem verfügt das russische Militär in diesem Bereich über die notwendigen Kräfte und Mittel, um mit Reserven zu manövrieren und Angriffe in zwei oder mehreren Richtungen gleichzeitig durchzuführen. Die Pausen zwischen den Angriffen nutzt die russische Seite zudem für Angriffe mit Artillerie und Luftwaffe. Damit erwartet er und die ukrainische Seite insgesamt in den nächsten Wochen weiteren russischen Angriffsdruck am Abschnitt Marienka. Von einer Erleichterung der ukrainischen Seite an diesem Abschnitt ist also erstmal weiter nicht die Rede. Wir springen damit an den Abschnitt der Stadt Avtseevka. Nach dem russischen Festsetzen im südlichen Teil der Stadt und dem ehemaligen Lokal Zarska-Achota unternimmt die ukrainische Streitkraft erste größere Gegenstöße. Ein russischer Militärblogger behauptet, dass die ukrainische Streitkraft aus Richtung der Kalosower Straße und der Lermontower Straße versucht vorzurücken. Das Ziel sei es, die russischen Kräfte im Bereich des südlichen Teils abzuschneiden und die Kommunikation zu unterbrechen. Außerdem kommt es weiter zu Stellungskämpfen im südlichen Teil der Stadt. Hier vor allem mit Kräften der 110. mechanisierten Brigade, die versucht, die russischen Kräfte aus dem südlichen Teil der Stadt zurückzuwerfen. Hervorgehoben werden weiter die zwei Straßen Saborne und Sporodwna, wo die Kampfintensität am höchsten ist. Zum heutigen Tag meldet allerdings weder die russische noch die ukrainische Seite eine Veränderung an der Frontlinie. Dementsprechend belassen wir es erstmal beim letzten Stand und werden in den nächsten Tagen weitere Korrekturen vornehmen. Ein russischer Militärblogger klärt heute darüber auf, wie den russischen Kräften in Wirklichkeit der Durchbruch in den südlichen Teil von Avtseevka gelungen ist. Unter den Bedingungen maximaler Geheimhaltung wurde ein verlassenes, überflutetes unterirdisches Rohr, welches während der Sowjetzeit verlegt wurde, Stück für Stück von russischen Soldaten geleert. Das Rohr führte von dem von Russland kontrollierten Territorium bis hin zum ehemaligen Lokal Zarska-Horta, also irgendwo in diesem Bereich, wo genau, können wir nicht wissen. Am 17. Januar passierten dann russische Truppen auf einer Länge von knapp zwei Kilometern das Rohr und stießen letzten Endes an die Erdoberfläche. Das überraschte die ukrainischen Soldaten und gab den russischen Truppen die Möglichkeit, die Stellungen um Zarska-Horta zu besetzen. Und nach der Einnahme dieser Stellungen konnten die russischen Truppen auch in den südlichen Teil von Avtseevkas eindringen. Das soll der wahre Grund des Durchbruchs gewesen sein und tatsächlich ist das nicht unwahrscheinlich. Bereits vor wenigen Monaten setzten russische Soldaten im Industriegebiet eine ähnliche Taktik ein. Auch hier konnten russische Kräfte mit dem Einsatz eines Tunnels die ukrainische Verteidigung überwinden und damit ukrainische Stellungen tiefer im Industriegebiet einnehmen. Das ist also hier nicht das erste Mal, dass die russische Seite zu so einer Praktik greift. Allerdings wird von der russischen Seite zugegeben, dass das nicht der erste Versuch war. Tatsächlich scheiterte der erste Versuch wegen Sauerstoffmangels im Rohr und beim zweiten Versuch wurde das Rohr überschwemmt. Östlich der Stadt Avtseevka konnte die ukrainische Streitkraft laut eigenen Aussagen die Situation vorerst stabilisieren. In Terrigo und Kamenka wurden weitere russische Angriffsversuche gestoppt und die ukrainische Seite konnte sich vorerst im deutschen Gebiet festsetzen und dort die Verteidigung einnehmen. Und auch an der nördlichen Flanke bleibt die Situation unverändert. Hier werden weitere Kämpfe in der Siedlung Stepover gemeldet. Auch hier bleibt die Situation vorerst unverändert. Damit geht es weiter in Richtung der nördlichen Frontlinie. Wir springen kurz an den Abschnitt der Rene Jampolivka. Hier unternimmt das russische Militär weitere Angriffe in Richtung der zwei Siedlungen. Videoaufnahmen ukrainischer Drohnen zeigen, wie russische Truppen sich regelmäßig in die graue Zone bewegen und sich dort an einigen Waldstrichen festsetzen. In einem der Fälle rückten ukrainische Kampfpanzer der 63. Brigade in Richtung der russischen Positionen vor und feuerten auf die russischen Kräfte. Laut ukrainischen Aussagen gelang es ihnen so, den russischen Angriff abzuwehren und den russischen Kräften Verluste zuzufügen. Die russische Seite wiederum spricht von erfolgreichen Angriffen und dem Besetzen von weiterem Gelände. Vor allem soll ihnen das im Bereich des in Anführungszeichen Stiefels gelungen sein. Das ist dieser Waldabschnitt, der mehr oder weniger einem Stiefel ähnelt und von Soldaten vor Ort als Stiefel bezeichnet wird. Das wäre vorerst alles die Situation an der russisch-ukrainischen Frontlinie und damit kommen wir zum heutigen Ereignis in der russischen Region Belgorod. Am heutigen Vormittag stürzte gegen 10 Uhr morgens ein russisches vierstrahliges Flugzeug des Typs Ilushin Il-76 in der Nähe zur ukrainischen Grenze ab. Es handelt sich dabei um ein Transport- bzw. Frachtflugzeug, welches für gewöhnlich schwere militärische Ausrüstung und Personal transportiert. Eine Einwohnerin filmte den Absturz mit der Kamera eines Mobiltelefons. Es ist zu erkennen, dass das Flugzeug bereits in der Luft brannte. An Bord befanden sich laut dem russischen Verteidigungsministerium 74 Menschen, von denen niemand überlebt hat. Die Piloten konnten das brennende Flugzeug in ein Feld lenken und damit den Einsturz in einem Wohngebiet vermeiden. Der Absturzort war wohl die Siedlung Jablonovna. Auf der Karte ist das Dorf hier zu sehen und liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich der russischen Stadt Belgorod. Kommen wir zur ersten Frage. Was war die Absturzursache? Die ukrainische Seite verkündete nur wenige Minuten nach dem Absturz, dass sie hinter dem Absturz steckt. Die ukrainische Luftabwehr soll das Flugzeug vom Himmel abgeschossen haben. Das behauptete ein ukrainischer Nachrichtensender mit einer Quelle aus den ukrainischen Streitkräften. Auch die russische Seite bestätigte offiziell das Abschießen des Flugzeugs durch die ukrainische Luftabwehr. Nördlich der Stadt Kharkiv wurde von russischen Radarsystemen angeblich der Start zweier Luftabwehrraketen registriert. Und auch im soeben gezeigten Video gibt es ein Anzeichen für die Arbeit der Luftabwehr. In der 20. Sekunde ist zu sehen, wie eine kleine Rauchwolke in der Luft schwebt. Wahrscheinlich traf eine Rakete das Flugzeug, was die Person wahrscheinlich auch zur Aufnahme animierte. Die Rede ist von Luftabwehrraketen des Typs S-300. Es werden aber auch andere Luftabwehrsysteme genannt. Überprüfen kann man das in jedem Fall anderweitig nicht. Beide Seiten sind sich aber einig, dass das Flugzeug von ukrainischen Luftabwehrraketen getroffen wurde, ehe es abstürzte. Ich denke, das hätten wir damit erstmal geklärt. Rege diskutiert wurde heute aber vor allem die Beladung der Iluschin-Maschine auf ihrem letzten Flug. Die Visionen beider Seiten unterscheiden sich dabei ein wenig. Ich starte zunächst mit den Aussagen der russischen Seite, die weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Das russische Verteidigungsministerium berichtete ja offiziell von 74 Menschen, die an Bord der Maschine waren. Darunter die sechsköpfige Besatzung, drei Flugbegleiter und 65 kriegsgefangene ukrainische Soldaten. Angeblich wurden diese 65 Soldaten von Moskau nach Belgorod gebracht, im Vorfeld eines bevorstehenden Gefangenentausches. Das russische Verteidigungsministerium wirft die Ukraine vor, von dem Austausch gewusst zu haben und bezeichnet den Angriff daher als Terrorakt. Ein russischer Abgeordneter behauptete, dass ein weiteres Flugzeug mit etwa 80 Gefangenen sofort nach dem Abschluss in der Region Belgorod umdrehte. Überprüfen lassen sich die russischen Aussagen nicht. Ein ukrainischer Soldat merkt an, dass heute ein Gefangenentausch in Höhe von 192 zu 192 geplant war. Nun kommen wir zu Aussagen der ukrainischen Seite und diese behauptete zunächst, dass das Flugzeug mit Munition und Raketen beladen war. Konkret werden S-300 Raketen genannt, mit denen das russische Militär angeblich, wie fast täglich, die Kharkiv-Oblez bombardieren wollte. Mit diesem Abschluss des Flugzeugs wollte man aus ukrainischer Sicht dem Beschuss der Stadt präventiv entgegenwirken. Allerdings gibt es Zweifel an dieser Aussage der ukrainischen Seite und zwar spätestens, nachdem der ukrainische Geheimdienst eine Meldung veröffentlichte. Denn in der Meldung des ukrainischen Geheimdienstes ist definitiv Besorgnis zu erkennen und man kann das auch zweideutig interpretieren. Ich fasse mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Für heute war ein Gefangenentausch geplant, wobei die Ukraine ihre Anforderungen erfüllt und russischen Soldaten an die Grenze gebracht hat. Der Geheimdienst räumt ein, dass ukrainische Gefangene per Luft, Schienen und Straßentransport befördert werden und dass es grundsätzlich möglich ist, dass ukrainische Soldaten an Bord waren. Auch ein ehemals ausgetauschter ukrainischer Soldat fügte an, dass er vor einem Tausch mit einem Transportflugzeug nach Belgorod gebracht wurde. Die These, dass Gefangene nicht mit Flugzeugen verlegt werden, ist also definitiv nicht korrekt. Es wird vom ukrainischen Geheimdienst angefügt, dass nach wie vor nicht ganz klar ist, wer und in welcher Anzahl an Bord der Maschine war. Und damit schließt der ukrainische Geheimdienst offiziell die Präsenz ukrainischer Soldaten an Bord nicht aus. Kritisiert wird die russische Seite und zwar konkret, dass ein Transportflugzeug so nah an der russisch-ukrainischen Grenze landet, ohne dass das zuvor an die Ukraine kommuniziert wurde. Die russische Seite wiederum behauptete, dass das ja schon kommuniziert wurde. Dementsprechend gibt es auch hier einige Widersprüche. Dennoch gibt die Ukraine damit indirekt Russland die Schuld am Absturz und die Verantwortung für den möglichen Tod ihrer eigenen Soldaten. Das waren grob die wichtigsten Aussagen des ukrainischen Geheimdienstes. Ukrainische Militärs und auch Bürger lesen zwischen den Zeilen, dass die russische Version nicht auszuschließen ist. Und auch ich schließe mich ihnen nach einigen Stunden Recherche an. Ich kann genauso nicht zu 100% sagen, ob die russische Aussage stimmt. Es gibt aber definitiv Hinweise, die dafür sprechen, dass die Ukraine ein Flugzeug mit eigenen Gefangenen abgeschossen hat. Und dies muss man so hinnehmen. Es bleibt abzuwarten, wie und ob sich die ukrainische Seite nochmal dazu offiziell äußern wird. In jedem Fall bitte ich Sie, jegliche Informationen zu hinterfragen. Das betrifft sowohl die russischen als auch die ukrainischen Aussagen. In jedem Fall ist das ein weiteres schreckliches Ereignis in diesem Krieg, in dem weiter kein Ende in Sicht ist. Das zu den Geschehnissen am 700. Tag des russisch-ukrainischen Krieges. Wenn Ihnen meine Zusammenfassung geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne meinen Kanal abonnieren. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Auch dafür bedanke ich mich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.